Hey Freunde, wir haben es gleich nicht geschafft. Ich will es nicht schönreden. Konzentration jetzt. Ja, Konzentration. Der letzte Server nach... Ja, ist gut, so viele Versuche waren es nicht, ich meine... Richtig, nur macht mir gerade die Zeit Sorge. Es dauert noch... Wir haben noch eine Minute, zwei Sekunden, aber es läuft verdammt langsam. Ja... Das heißt, einer muss etwas näher ran. Ich kann... Ich bin ganz nah. Ich bin neben dem Scheiß-Thing. Aber es wird nicht schneller, je näher ich rangehe. Wollt ihr mich verarschen? Wie sollen wir das denn schaffen? Es geht nicht schneller. Ich weiß aber... Vielleicht kommst du zu mir. Okay, warte. Ich halte gerade die ganzen Leute hier auf. Da kommen nämlich so ein paar und es besuchen. Das könnte... Ich mache mir gleich ins Höschen. Ja, jetzt geht es schneller, wenn du da bist. Ah, super. So, bitte beten. Oh mein Gott, 60, 20. Oh mein Gott, oh mein Gott. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und dann wirklich ein Jackpoint. Lieber Jesus Christus, der du bist im Himmel. Ich habe zu beten, so schieß. 80% und 10 Sekunden. Oh mein Gott, da kommt keiner. Ich habe Angst, dass sie rechts kommen. Ich habe Angst, dass sie rechts kommen. Töten. Töten. Nein, das geht sich nicht aus, oder? Das schaffen wir nicht. Nein, 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 er geht weg. Er geht weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott, eine Sekunde. Filmreif. Filmreif war das. Boah, mein Gott. Haben Sie gehört, Valentina? Ich wäre ausge... Ich wäre wirklich... Erwachen weiterer Befehle. Wann ist jetzt ein Jackpoint? Oh mein Gott, bitte. Ich möchte mich weg. Oh. Die Windel ist voll. Oh man. Das ist richtig sauber. Das verzeih ich dir, weißt du. Weil wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Jetzt können wir schleichen. Ach so. Wieso machst du... Sind anscheinend von Herr abgehauen. Ja, sind abgehauen. Ja, wir sind weg. Ich bin nicht hier. Au. Ach so, du hast jemanden... Ich habe jemanden umgebracht, ja. Musste noch sein, oder? Ja, ausnahmsweise mal habe ich einen umgebracht. Weiß nicht, wo du bist, aber ich gehe hier... Hier hat sich gerade was geöffnet. Okay, 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 okay. Ah, du bist da. Wo ist die Waffenkiste? Hallo, ich schleiche hier. Ja, oh, da... Geh zurück, geh zurück. Oh mein Gott, oh mein Gott. Drück mal Z. Äh, Z. Ah. Wenn alle Augen, müssen wir einen Zugriffspunkt finden. Also für mich ist da ein großer weißer Streifen. Genau. Das ist... Da oben die Lichter könnte man vielleicht noch ausschießen. Ah, kann man nicht. Gut. Ja, sonst... Ah, ich habe keine EMPs mehr. Oh, okay. Ich auch nicht. Oder, ne, doch. Ich habe gesprittergänglich. Hi. Hast du eine? Okay. Ich renne durch, ich renne durch, ich renne durch. Wow, da oben ist ja... Das meinte ich. Hast du nicht gesehen? Ja. So schießt ihr nicht. Ich bin... Ja, wir sind beide. Oh nein, 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 nein. Wenn jetzt kein Checkpoint ist, wirklich, ich flippe aus. Ich bringe ihn um den Programmierer des Spiels. Oh mein Gott. Sie werden vermutlich in einem Raum auf der anderen Seite des Archivs aufbewahrt. Ich wollte jetzt wieder ein Tröpfchen. Ja. Das wäre es jetzt wirklich. Also dann... Wir haben ja jetzt auch wieder EMP-Granaten. Yes. Was ist denn so? Was ist hier zwischen mobiler EMP und EMP-Granate? Die mobile EMP kannst du sofort einsetzen. Die EMP-Granate musst du erst werfen. Halten Sie dagegen. Ruhe. Wenn das der Raum ist, müssen wir einen Zugriffspunkt finden. Ja, jetzt müssen wir uns durchschleichen. Ich weiß nicht, ob das Ding nur angeht, wenn wir durchlaufen. Oder wenn es sofort angeht. Okay, gut gemacht. Ich wollte jetzt nur wissen... Warte mal. Okay, hier kommt sofort der Alarm. Okay, gut, die kommen jetzt her. Dann kommen sie. Dann tötig sie. Sehr gut. So, jetzt ist dieses Herzmaschinen-Gewerr hier, Dings. Aber da ist es frei, oder? Ich renne mal. Mama. Ich bin durch. Oh, hier sind noch mehr Blinkis. Quantum. Hallo? Hallo? Also, ich hab's geschafft. Lebe wohl. Echt nicht. Achso. Oh nein, das Ding killt dich. Ja, das killt mich. Ich schaff's. Ich muss jetzt zurück. Okay. Vielleicht hättest du irgendwie ausstellen können. Okay, hättest du sagen sollen. Boah, du stirbst. Ich verstehe. Meint ihr. Ja, das denke ich auch nicht. Denken sowieso. Boah, ja, ich wollte es verknallen. Jetzt müssen wir uns um die JDAM-Systeme kümmern. Sie werden vermutlich in einem Raum auf der anderen Seite des Archivs aufbewahrt. Finden Sie die längste Systeme, wenn Sie sie mit einem hierherdrucken. Wollt sich Ration. Aber herholen können wir machen. Also die herlocken. So weit zu gut. Okay. Die kommen her. Die kommen weg. Kann sein, dass... Es leckt. Ja. Wenn das der Raum ist, müssen wir einen Zugriffspunkt finden. Vielleicht ist es drinnen ein Schalter für den Mist. Wenn du vorhin sagst, dann gehe ich. Wo kommst du her? Echt? Ne, ne. Ich rät schon entgegen. Okay, gut. Ich wüsste jetzt nicht, wie man da... Okay. Durchrennen. Durchrennen. Oh, Mann! Ich sterbe immer. Warte, warte, warte. Gibst du hier irgendeinen Schalter? Komm schon, komm schon. Um ausschalten zu können... Achso. Ne, das ist nicht der. Das Ding ist, wenn du losrennst, bist du ja schon fast da. Das Ding aktiviert sich noch. Und dann kriege ich die ganzen Kugeln. Das heißt, wir müssen gleichzeitig losrennen. Ich habe das Licht ausgeschalten. Oh, super, super. Das ist jetzt nicht das, oder? Super. Ne, nicht wirklich. Ich brauche Hilfe. Komm, du mir. Für dieses Gerät ist das völlig wurscht, oder was? Ne. So ein bisschen. Okay, jetzt los. Was? Was? Wir müssen gleichzeitig losrennen. Wir müssen das gleichzeitig machen. Dieser Sch... Okay. Wie viele Minuten sind wir? Sechs Minuten. Sechs Minuten. Oh, da müssen wir leider noch ein paar Minuten spielen. Wir werden vermutlich in einem Raum auf der anderen Seite des Archivs aufbewahrt. Finden Sie die Lenkssysteme und rösten Sie sie mit einem EMP-Impuls. Da drüben. Rösten Sie sie. Ja, was rösten? Ich meine, das ist doch so ein scheiß EMP-Ding. Aber das bringt nichts. Ruhe. Wenn das der Raum ist, müssen wir einen Zugriffspunkt finden. Was für einen Zugriffspunkt? Punkt das. Wollen wir gleichzeitig losrennen? Okay. Soll ich jetzt noch einen Scheiß ranwerfen? Ne, ist es wurscht jetzt, oder? Ich glaube, es ist wurscht. Ja. Ich habe die Hose. Eins. Okay. Zwei. Lauf! 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 Oh, ne, springt das nicht. Du musst laufen! Okay. Wir haben es geschafft. Hier ist doch so ein Ding. Wo? Turm kontrollieren. Warum? Das hat bei mir nichts angezeigt. C anhalten. Was? Ja, jetzt steht es bei mir hier. Was stand das vorher? Auch da? Das könnte natürlich sein. Und jeder auf YouTube weiß das. Und alle glauben, ich würde dich sabotieren. Hallo? Geh ohne mich. Also. Ich habe mich gerade nicht verstanden. Okay, ja. Kann passieren, kann passieren. Ja gut, ich schneide das sowieso raus bei mir. Ja, ja. Und du überdeckst das einfach mit irgendetwas. Ne, ich... Also, so viele manipuliert. Das muss ja nicht jeder. Richtig. Oh, Waffenkisten. Oh, Waffenkisten. Hier ist es plötzlich gepfischt. Okay. Gibt es irgendwie bessere Waffen? Ich hole mir eine neue Waffe. Ich habe keine Ahnung von Waffen. Ich muss einfach kaufen. Klick einfach kaufen. Ich. Kaufen. Dieser Alarm. Was ist mit diesem Alarm? Diese soll es ausgerüstet? Was? So, pass auf hier. Jetzt möchte ich sie ausrüsten. Habe ich sie? Mehr Feuerkraft. Oh. Die hat kein Schalldämpfer. Ich wusste doch, da fehlt was. Hihi. Oh, nein. Oh, was machst du hier? Ich bin hier bei irgendwas. Ich kann nicht die Schalldämpfer anbringen. Oh, wie kann man das? Habe ich das jetzt oder nicht? Oh. Ich weiß nicht. Irgendwie musst du doppelt draufklicken. Kannst du nicht ausrüsten. Ach. Ich behalte das Ding. Wups. Ja, so. Ich glaube, wir haben das Schlimmstehentons. Jetzt geht es nur noch bergauf, oder? Nur noch bergauf. Längssysteme sabotieren. Klingt einfach. Klingt nicht nach schleichen. Das auch, da sind Leute. Oh, da sind ja. Oh, den habe ich. Das ist eine Schrottwitte. Cheat. Ja. Schon wieder so ein Bug. Längst schreibt einer Bärmlich. Dann werde ich gleich mal den Feuerlöscher hier einherzen. Uiuiui. Wow. Das ist ein bisschen gekratzt im Auge. Wow. Das ist schon unmenschlich. Das ist so weit weg. Man kann die Lichter nicht ausmachen. Ist ja logisch. Ist logisch. Weil das ist die andere Licht. Wie so die Energiesparlampen. Genau, die kann man nicht zerstören. Wäre ja unmoralisch. Nein. Juh-Lampen. Komm schon. Die Längssysteme. Machen wir sie unbrauchbar. Neutralisieren. Das ist gut. Okay. Verhör die Längssysteme. Ich beschütze dich hier. Du musst die Längssysteme verhören. Ich verbinde was. Du musst verbinden mit mir. Ach so, ich dachte, du hörst sie jetzt. Das ist mein Gott. Ne, das mache ich nicht im Privat. Gut, dann denke ich schon. Nein. Das wollen wir gar nicht wissen. Nein, ich wollte jetzt auch nicht weiter reden. Yeah. Ist mein Bildschirmschrott oder war das jetzt... Realistisch gehalten. Ja, ja, genau. Oh oh. Wir schleichen. Mach doch so. Das Redezema. Wahrscheinlich gibt es wertvolle Hinweise, die wir eigentlich berücksichtigen. Ich lenk sie ab, ich lenk sie ab, ich lenk sie ab. Gut, du auch. Ich bring sie zum Tänzen. Tänzen. Oh mein Gott. Zum Taddeln. Na komm her. Okay. Der Käfer ist... Der Käfer liegt. Der Käfer liegt. Oh. Oh, hab ich? Nein, hast du? Hast du erwischt, hast du erwischt. Ich weiß nicht, was ich tue, was ich nicht tue. Versteckt er sich noch dahinter? Das kann ich hier noch im Bau? Sicherheitshalber. Ich wollte nur noch mal... Ja, ja, mach's ruhig. Tog dich aus. Nicht, dass mir das Spaß macht. Nee, Quatsch. Das ist eine brutale Gewalt. Absolut. Ach so, das sind auch diese Lichter, die nur streichen. Ach, du hast übrigens eine Pistole ohne Schal. Das ist mutig. Das ist mutig. Ja, das wusste ich. Ja, komm, wir können hier hoch. Ja, das ist schön. Wir spazieren noch nicht auf die Schlachtbank. Okay. Warum habe ich die nicht? Na, ich dachte... Ich könnte sie nicht ausdrücken. Okay, ich nicht. Ja, heißt so ein Ding, das... Oh mein Gott, hilf mir. Da ist so ein Lenkturm, da ist ein Lenkturm, die kann man Steuern, 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 Steuern. Ja, das, was du vorher nicht gesehen hast. Ah, jetzt steuere ich. Ja, schieß... Schieß alle ab. Nee, ich kann nicht. Ich bin tot nämlich. Also. Irgendjemand hat von irgendwo auf mich geschossen. Ja, ja. Während ich den Lenkturm in der Hand hatte. Klar, klar. Und auf Rambo machte. Ich belebe dich mal wieder. Ich kann nur das Ding benutzen, aber dich nicht belebe. Doch, jetzt. Hör auf, mach keine Spielchen mit mir. Ohne Zunge diesmal. Ja. So, wie du es wolltest, trocken. Keine weiteren Fragen. Ja, ich kann hier Licht ausschießen, das ist toll. Das ist ja nichts. Ja. Ich halte das Ding an. Na schön, dass du es auch benutzt hast. Ja, ja, ich wollte das auch mal. Da oben ist, glaube ich, noch so ein Ding, kann das sein? Ja, da oben ist noch eins. Warte mal. Wie kommen wir hier irgendwo hin? Komm, rüber. Nee, da ist doch keins. Hier ist nur. Hier ist nur. Klett, andersrum. Ach so, du meinst. Okay. Ja, das Kletterrohr. Okay. Schütt den. Runter, runter, runter. Tschüss. Sehr schön. Selente Arbeit. Pass auf, wo du reinkletterst. Mach ich nochmal das Licht aus. Sturm schnappen. Fühl mich hier eigentlich ganz wohl. Fühlst du dich ganz wohl? Ich fühle mich ganz wohl. Ach so. Das ist schön. Sorry, der war. Ringe, Ringe. Okay, okay. Pass auf, pass auf, pass auf. Unauffällig ohne Schalter. Oh mein Gott. Unauffällig ohne Schalter. Das ist gut. Was? No. Du bist, nein, 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 nein. Du lebst noch, du lebst noch. Oh. Ich habe auf Klettern geklickt, damit ich reinhüpfen konnte. Ja. Das möchte ich nur erwähnen. Ja, ist ja, ist ja nicht dein Problem. Ich meine, die Entwickler sollten schon testen, was sie da rausbringen. Und nicht ein total verpacktes Spiel, wo man auf Klettern drückt, aber dann runterfällt. Ja, echt, wahr. Wie viele Minuten sind wir denn? Ah, 14, stimmt. Ah, dann machen wir einen kleinen Schnitt, oder? Ja, würde ich sagen. Machen wir gleich weiter. Ich telefoniere mal, was das soll, und ich soll mir ein Pad schicken. Ah ja, mach mal. Weil das geht ja nicht. Anscheinend, die Version ist unbrauchbar, unspielbar. Ach, unnützlich, ich weiß gar nicht, was man hier machen soll. Also, ich check's nicht. Ist das jetzt noch Spinter Cell, oder? Eins ab, stimmt. Nee, das ist... Ich bin raus. Ich auch. Das...